Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man so eine Sternfrucht bzw. Karambole richtig schneiden und vor allem auch essen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zu Beginn noch der Hinweis, Leute mit Nierenproblemen sollten diese Frucht auf jeden Fall meiden, da die Sternfrucht ein Neurotoxin enthält, was gesunde Nieren ohne weiteres filtern können, geschädigte Nieren jedoch leider nicht. Zuerst brauchen wir mal ein Schneidebrett, die unter klarem Wasser gewaschene Sternfrucht und vor allem auch ein scharfes Messer, denn mit einem Stumpfen macht das Zubereiten einfach keinen Spaß. Als nächstes einmal die zwei Enden hier abschneiden, diese brauchen wir nicht und danach am besten einen Sparschäler einmal zur Hand nehmen und jetzt können wir nämlich hier oben diese Enden von der Sternfrucht einfach mal mit dem Sparschäler hier runter schälen, würde ich sagen. Man kann sie zwar auch mitessen, jedoch wirken sie sich negativ auf den Geschmack aus, weswegen ich diese jetzt überall erst einmal entferne. Nachdem das geschehen ist, können wir unsere Sternfrucht auch schon in solche kleinen Scheiben hier schneiden, wodurch diese Sternform einfach erst richtig zur Geltung kommt. Nun können wir unsere Scheiben hier auch schon pur essen oder was in Asien auch sehr beliebt ist, hier noch etwas Salz darüber streuen, wie bei Gurken zum Beispiel. Die Schale hier außen und auch die Kerne sind übrigens essbar und auch solche kleinen Braunstellen hier machen überhaupt nichts, kann man auf jeden Fall mitessen. Was auch noch wichtig zu sagen ist, wenn deine Sternfrucht jetzt zum Beispiel wie hier noch leicht grün ist, dann würde ich auf jeden Fall noch etwas abwarten und diese reifen lassen, denn wenn sie hier, wie bei meinen anderen zum Beispiel, schön gelb sind, dann sind sie richtig reif. Und somit haben wir unsere Sternfrucht jetzt auch schon richtig geschnitten und können diese genießen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens ein hochwertiges Küchenmesser, einen Sparschäler, solche Kochhandschuhe oder auch ein Profischneiderbrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersielen hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.